...entscheidenden Durchgang, Tie-Break, jeder Punkt zählt. Und jetzt kommt es insbesondere auf die Durchschlagkraft bei Punktbällen an. Und dafür steht er hier, Hammerschorsch, Georg Drosser, mit der Rücknummer 9. 12 zu 11 für den Mörser SC zu erkennen, also an der roten Spielkleidung rechts vom Netz. Die beiden zeichnen ein blindes Verständnis aus, seit Jahren spielen sie zusammen. 12 zu 12, Aufgabe Wechsel, Werner Toffmann. Gute Annahme, Jan Hedengardt, wieder über Georg Drosser gespielt. Und der Ball von Werner Toffmann, aus oder in. Der Schiedsrichter Peter Gudert aus Wetter entscheidet auf aus. 13 zu 12 also für den Mörser SC. Wer mit 2 zu 0 Sätzen führte, dann kam seine Mannschaft hier, die Liban, der Spielertrainer, auf Touren und blieb aus. Wieder suchte das schnelle Spiel über Keith Sandheim, den Kanadier, zu Saisonbeginn gekommen. Annahme von Larsen, kurzgestellt und trocken gegen den Einerblock verwandelt. Es steht 13 zu 13. Wieder hoch über Drosser gespielt. Und dann aus dem Hinterfeld Wolfgang Kupp, der einzige aktuelle Nationalspieler im Dresden der Wuppertaler. Schauen Sie noch mal, seine Sprungkraft. Von hinten kommt er angeflogen und macht den Punkt. 14 zu 13 und damit erster Mettball für Bayer Wuppertal. Frenetisch angefeuert von den Zuschauern. Letzte Besprechung. Stefan Mauer, der Coach auf der Bank bei Wuppertal, sieht's gelassen. Paul Schmähing, der für Olaf Becker Mitte des zweiten Durchganges kam. Eine Bereicherung im Spiel der Wuppertaler. Und dann Marco Liefke. Der Junge haut drauf mit dem Babyface. Einhändig gestellt von Hedengard. Und dann vorbei am Doppelblock. Marco Liefke, 19 Jahre jung. Nihi Wann, der Spielertrainer und Zuspieler bei Wuppertal. Seinen Strick musste heute nicht zu lesen. Variierte immer wieder Schnellangriffe. Wie hier über Füft, Frentheim abgeschlossen. Mit hohen Bällen auf die Außenpositionen oder mit Kombinationen. 15 zu 14, zweiter Matchball für Wuppertal. Jens Larsen, der Däne. Und wieder Georg Rosser. Der heute eine tolle Leistung bot. Über Wochen und Monate verletzt war. Verletzungs- und krankheitsbedingt nicht spielen konnte. Aber heute, obwohl nicht voll austrainiert, eine starke Partie. Wolfgang Kuck, heute für mich der überragende Mann auf dem Platz. Der junge Nationalspieler, 25 Jahre alt. Voll austrainiert. Hat insbesondere das Timing bei seinen Schmetterbällen verbessert. Er tritt den Ball jetzt optimal im höchsten Punkt. Der ist noch heiß. Hedengard über Kopf und Marco Liefke. Immer noch nicht entschieden. Aber jetzt, Bogdan Jelowiecki besorgt noch einmal den Ausgleich. Und Jürgen Wagner, der Mörser-Trainer, nimmt noch mal einen Schluck aus der Pult. 16 zu 16. Nichts ist hier entschieden. Rosser, nicht mehr ganz fit. Wird hier abgeblockt vom Wuppertaler Doppelblock. Gestellt von Bernhard Hoffmann und Wolfgang Kuck. Hier Wolfgang Kuck. Und Lee Wann bringt den Ball ins Spiel. 17 zu 16. Vierter Matchball und das war's. Marco Liefke wird abgeblockt.